Ob Star Wars oder Harry Potter, mit Lego können zahlreiche Welten nachgebildet werden. Vor 62 Jahren wurden die bunten Klemmbausteine erfunden und begeistern seitdem jung und alt. Die Klötzlebauer, ein Zusammenschluss von über 60 Lego-Fans, zeigen im Rahmen der Ausstellung Logo, alles aus Lego, im Heimatmuseum Reutlingen, was alles mit den Bausteinen möglich ist. Ein Ring, sie alle zu knechten. Zwei Hobbits mit dem Auftrag, diesen zu vernichten, unter dem über alles wachenden Auge Saurons. Die Welt von Herr der Ringe wurde im Heimatmuseum Reutlingen greifbar gemacht, mithilfe von Lego. Aber nicht nur die faszinierende Welt von Tolkien bietet die Ausstellung Logo, alles aus Lego, sondern insgesamt 14 unterschiedliche Themen werden hier sozusagen legolisiert. Wir wollten um die Weihnachtszeit oder zur Jahresendzeit einfach wieder eine Familienausstellung machen und wollten wir uns einem Klassiker des Spielzeugs widmen. Vor zwei Jahren hatten wir Playmobil, dieses Jahr haben wir jetzt Lego. Das ist eigentlich ein Spielzeug, das fast jeder kennt. Gekannt und geliebt werden die bunten Bausteine auch von den Klötzlebauern, einem Club, der sich aus über 60 Lego-Fans zusammensetzt. Zusammen haben sie die Steinwelten erschaffen, die sie stolz im Museum präsentieren können. Neben den Gemeinschaftsprojekten gibt es auch viele Modelle, an denen die Mitglieder allein gebastelt haben, wie zum Beispiel das Schloss Hogwarts aus der Harry-Potter-Serie. Beim Hogwarts, das ist zu 100 Prozent nur von mir, da sind 124 Stunden dafür verbraucht worden und 32.000 Teile, das war ziemlich zeitaufwendig. Auch die Lego-Stadt habe er allein über Jahre hinweg erbaut. Und wer genau zwischen die Bausteine schaut, kann vielleicht auch etwas Besonderes entdecken, denn insgesamt sind neun goldene Figuren in der Ausstellung versteckt. Aber nicht nur in diesem Raum, sondern im ganzen Heimatmuseum können Besucher auf Entdeckungstour gehen. Was es damit auf sich hat? Wir haben in unserer Dauerausstellung kleine Lego-Figuren, kleine Lego-Bauelemente versteckt. Unsere Museumspädagogin hat hier ein Suchspiel entwickelt und man muss dann Fragen beantworten, die natürlich mit der Geschichte von Reutlingen zu tun haben. Die sind aber sehr einfach und gut lösbar und am Ende gibt es dann ein Lösungswort. Die Gewinner werden ausgelost und erhalten natürlich passend zur Ausstellung Preise aus Lego, die das Steinledle aus Reutlingen zur Verfügung stellt. Und wer weiß, vielleicht verspürt der ein oder andere, wenn er so durch die Räume des Museums streift, auch die Lust dazu, eigene Welten mit Lego nachzubauen. Die Lego-Ausstellung, die vom 25. Oktober 2020 bis zum 21. Februar 2021 im Heimatmuseum Reutlingen gezeigt wird, bietet mit ihren insgesamt 460 Kilogramm Bausteinen jedenfalls genug Inspiration für Groß und Klein.